Hier ist das Hauptrestaurant. Hier im Sommer kann man schön draußen sitzen, ist hier ringsrum, ist hier offen, wo man sitzen kann. Hier seht ihr das Haupthaus. Hier auf der linken Seite ist der Poolbereich. Wir haben den ersten Stock, haben eine super schöne Suite bekommen und haben im Sommer sogar noch so eine La Flange mit dabei. Und hier geht es jetzt Richtung Strand, Pool. Und Sie haben jetzt gesagt, Sie haben einen Pool, haben Sie jetzt beheizt auf einen Meerwasserpool auf 25 Grad, wo man jetzt auch noch reingehen kann.